Ja, und da ist es so schlimm, wa? Ja, ich noch mal. 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 Ja, okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, 1250 Meter und es geht da drauf. 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 1350 Meter ist so ziemlich das höchste gewesen momentan. Keine Ahnung, ob es noch bergauf geht oder wieder runter. Okay, 1250 Meter. Okay, 1250 Meter. Okay, es geht noch bergauf. Neu überzogen. Okay, da ist doch noch ein bisschen rutsig. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Und hier ist die Skipiste Und hinter 1.417 1.417 also gibt es noch immer auch so 1475 meter nun an links bergab so dann zeige ich euch noch das panorama das hier wirklich sagenhaft ist so sieht es oben aus hier ziehen die wolken hoch und versuchen natürlich am berg vorbeizukommen hier geht die straße schön den berg hinunter man kann auch sehen dass es schnell bergab geht und wir werden uns jetzt hinunterbegeben zu Piana dem aussichtspunkt und jetzt kann man die 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 das